Mion, ich bin's wieder, Keizuna Ai-Hara, hier mit meinem Let's Prügel CPU von Tekken 2. Der nächste Kandidat steht an und... Ich bin so glücklich, dass ihr sie gewählt habt. Sie ist toll. Because the next one for the tournament is... Kunimitsu. Kunimitsu, die diebische Teufelskatze. Sie war einst ein Mitglied des Manji-Clans, wurde aber vom Clan verstoßen, weil sie nur für sich selbst spielt. Nach ihrer Niederlage beim ersten Turnier zieht sie sich gedemütigt zurück zu ihrem Großvater, der ein Schwertschmied ist. Von ihm erfährt sie, dass Yoshimitsus Schwert, welches von Generation zu Generation an den Clan-Anführer weitergereicht wird, die Macht besitzen soll, die Feinde physisch als auch mental zu zerschneiden. Des Schmieds größter Wunsch ist es, noch vor seinem Tod ein Duplikat von diesem Schwert zu schmieden. Kunimitsu beschließt, am nächsten Turnier teilzunehmen, um Yoshimitsus Schwert zu stehlen und so den Traum ihres Großvaters wahr werden zu lassen. Das ist schön. Ich halte mich auf mein kleines bisschen zurück. Ihre Awesome-Heit wird erst später zutage kommen. Bla. Ach, jetzt will mir der schöne Schlag nicht gelingen. Autsch. Ja. Dann. Und Knie. Ist sie nicht toll? Ach, wenn das mal nicht die eine ist. Die ursprünglich mal bestohlen werden sollte. Vergiss es. Hab ich eigentlich schon gesagt, dass Kunimitsu toll ist? Na, 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 na. Nicht brech werden. Ja. Haha, der Deutsch bringt's immer. Ja. Wie gesagt. Ist sie nicht hinreißend. I mean look at her Die Maske, die Farben Dieser Art zu kämpfen Der hat rote Haare Oh, der hat gesessen Na? Bam Voll in die Niere Voll in die Niere Schön Man merkt, wie begeistert ich jetzt gerade bin Weil ich muss gestehen Bevor ich angefangen habe, Yoshi zu mögen War zuerst Kunimitsu mein Favorite Ich meine, wie gesagt Look at her Sie ist toll Ich sagte doch, sie ist toll So hart im Nehmen und She is a fucking ninja And she is awesome Komm Bam Schön, ne? Aber natürlich habe ich jetzt beide lieb Sowohl Yoshimitsu als auch Kunimitsu Und Ihr könnt ja gar nicht glauben Wo Tekken Tag Tournament 2 rauskam Und ich gehört habe, dass Kunimitsu auch dabei ist Boah, Luftsprünge Ich meine Ich war so geil Ich war so schön, endlich wiederzusehen Aber warum als DLC? Why, Namco? Why? Just why, Namco? Au Still Why? Aber trotzdem freue ich mich, dass sie wieder da ist Und wie schnell das jetzt gerade geht Da freue ich mich Aua Zu viel gedreht Ich wollte mich zurückhalten Hm, der sitzt immer Hey Lass mich den Angriff ausführen Motherfucker Du denkst, du bist so toll Bist du aber nicht Kuni ist toller Mein Mädchen Mein Mädchen Ja, man kann merken Damals zu meiner Zeit Wo ich noch klein war Sie war für mich der Grund, lesbisch zu werden Oh, come on Lass dich aufschlitzen Die sagt doch Lass dich aufschlitzen Oh, freue ich mich gerade, Keks She's just too awesome Bitch, Queen Come on Don't be a jerk Ich darf doch bitten Bitch, Queen Ich darf doch bitten Bitch, Queen Du bist längst nicht so awesome Wie dieses eine tolle Maskierte Mädchen Ich könnte noch stundenlang Übersich schwärmen Because she's awesome Wow, jemand, der das abgewehrt hat Na toll Oh, Paul wird jetzt hart Danke, Paul Bist du Kuni ist trotzdem toll Erwescht Und kriegst du jetzt was mit dem Dolch Ah Come on Okay, jetzt muss ich da drauf zugreifen No, 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 no Vergiss es Knie Friss mein wonderfules Knie Und vor allem Es ist Linda Yoshi Durch dich haben wir Akunimitsu erst bekommen Dafür danken wir dir tausendmal, Yoshimitsu Aber jetzt möchte ich gerne dein Schwert haben Wie sie genau auf uns guckt Schön Hm, jetzt will er nicht Das war klar Was Gleichzeitig und er trifft What? What? Okay Knallhartes Duell der Super Ninjas Ey Lass mein Knie auch treffen Ich hab ein weibliches Knie Das war knapp Aber ich hab's Du bist einfach so toll, Kunimitsu Meins Nobody gets her She's mine Autsch Man schlägt keine Frauen Vor allem nicht in den Magen Mach doch den schönen Move No Nicht die Kopfnuss Doof Wer hat überhaupt dir die Kopfnuss beigebracht? Ich war's nicht Ich weiß nicht Ich weiß Ach Oh, come on Tja Ein Tritt tut's immer. Und den gewinne ich. Oh, der hat gesessen. Ja. Du weißt, es ist nicht anders. Komm. Kuni ist toll. So. Ah, du. Mein Bruder haben mir von dir erzählt. Ah! Warum druckst du dich nicht? Ich hab Lücken gedrückt. Miep. Jetzt leckt wieder alles. Ah! Oh, come on, Devil. You're an ass. Oh, come on. Lass dich treffen. Ja, klar, Devil. Du bist scheiße. Boah, wie der sich jetzt gerade nur auf Okimis verlässt. So ein Wichser. Ich bin wenigstens einfallsreicher als du. Blöd, Mann. Siehst du? Idiot. Idiot. Warum musst du mir das Leben auch immer so schwer machen, Devil? Seht ihr? Der verlässt dich nur auf Okimis. Könnte ich auch machen. Na! Nutzi-Bär. So, geschafft. Jetzt kriegen wir Kunimitsu's Ending. The Sword. Das war's von meinerseits und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. Das war's von Ihnen. Das war's von Ihnen. Das war's von Ihnen. Bitte. demonstrates my screen, öfters. Ich bin Koop Untertitelung des ZDF, 2020